Statement bitte, ob das real ist. Das kann ich on-stream nicht zeigen, aber das ist das mit den zwei Schwänzen, right? Ah, nein, okay. Was ist das hier? Seven vs. Wild Staffel 3 wird eine Teams Edition. Oh, jajaja. Maxi hat mir gerade geschrieben, ob wir es zusammen machen wollen. Ich meine das so, Bro. Übel gerne an sich, aber wenn ich mich da bewerbe, dann muss es mit Rezmann sein. Es geht nicht anders. Es muss entweder mit Rezmann sein oder nicht. Jo? Ey, Bro. Ja? Wir müssen da mitmachen, ne? Ja, klar. Machen wir. Ja. Äh, was machen wir? Also so... Schreiben wir ihm? Oder wie machen wir es auf Cringe? Ich hätte müssen Fritz zu spamen. Das muss klappen. Also ich sag dir ehrlich, wenn du die Nummer hast, musst du ihm kranken Arsch kriechen, Mann. Ja, ne? Schon. Also ich bin on-stream gerade. Au. In den Popo kriechen. Ja. Wir brauchen das nochmal. Das Ganze soll maximal 200 Zeichen haben. Hey, Leute. Oh mein Gott. Hey, Leute. Mein Name ist Kevin und ich will mit meinem Kumpel Dominik bei der Survival-Show abräumen. Wir haben alle Staffeln gesuchtet und ich baller mit Bögen und Armbrüsten. Ready to rock. Hashtag Survival-Squad. Soll ich Sprachmsieds machen? Sprachmsieds ist besser, ne? Dark and Darker spielen. Betti. Hi, Bro. Was geht ab? Ich habe gerade im Stream das Video geguckt zur neuen Staffel. Und ich habe mit Dominik damals schon gelabert. Wenn es irgendwann mal eine Team-Edition gibt, dann müssen wir uns da bewerben. Deswegen wollte ich nur kurz sagen, dass wir Bock drauf hätten. So. Zack. Kurz, knackig, 14 Sekunden. Ist weitergeleitet zum Orga-Team. Hatte aber auch schon gemacht, bevor ich geschrieben habe. OG, was geht? Ey, Bro. Ich habe ganz kurz deine Reaction gesehen, als du das angehört hast. Ja. Und du hast ein paar Mal mit dem Daumen so hoch und mittel gemacht. Was hat er gesagt? Pass auf. Er meinte, erst mal hat er angefangen mit, er ist crazy, Edel Talk & Joyer und hört alle Folgen nach gerade. Und ist gerade bei der Folge. Er meinte, Bro, pass auf, er muss unser Podcast wirklich mögen, weil er hat gesagt, er fand selbst die Folge mit Romatra gut. Da ist er gerade. Bro. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Und er hat, ich glaube, in der Folge oder einer davor haben wir irgendwann mal erwähnt, dass wir da gerne teilnehmen würden, wenn es mal irgendwann ein Tag-Team wäre. Und er hat, bevor ich geschrieben habe, hat er schon uns ins Orga-Team weitergegeben. Aber er entscheidet das nicht selber, sondern die machen das. Und er hat aber das nochmal weitergegeben auf korrekt. Jo Pi, Jo Pi, ich bin's nochmal. Ich wollte nur endgültig Bescheid sagen. Hör auf damit. Und nerv mich. Also so Real Talk. Das ist gar nichts gegen dich. Aber hör auf, mich die ganze Zeit zu fragen. Mein Antwort ist nein. Okay, okay, check ich, check ich. Aber das Ding ist ja, ich habe ja gar keinen Bock mit dir zu zocken. Also das mit dir zu machen, weißt du? Ja, es ist okay. Ich stehe einfach nicht zur Verfügung, dass du Bescheid weißt, Pi. Okay. Weh. Okay. See you, Pi. See you. See you, weh. Weh. Das war's für heute.